Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Nutzberry Challenge. Ja, es ist ein Tag nach der Geburt von unserem kleinen Kira, das kleine Geschwisterin von Jared. Minza ist gerade dabei, eine Foren noch etwas zu provozieren, damit wir diese Schelmfähigkeit noch hochkriegen, was wir für das Bestrieben unbedingt noch brauchen. Midi ist übrigens krank. Der hat ja komische Flecken auf der Haut. Das sieht nicht schön aus, Midi. Ja, der arme, er geht gleich wieder ins Bett, aber du kannst noch kurz mal die Post überprüfen. Nee, gibt's nicht. Wer hat denn tatsächlich einen Bug, dass wir die Elemente irgendwie nicht gekriegt haben? Oder liegt das daran, dass wir die schon haben? Eigentlich nicht. Eigentlich müssten die immer kommen. Aber Minza geht nicht wie sonst zum Briefkasten, sondern sie macht das in der Luft und weg ist es. Also irgendwie hat sie die jetzt umsonst eingereicht. Ich weiß nicht wieso, ich muss mal Spiel reparieren. Wie es scheint, ja, keine Ahnung, was hier los ist. Ob das jetzt ein neuer Bug ist von den letzten Updates, wer weiß es schon. Muss ich dann mal schauen, dass wir das noch hinkriegen. Aber wir können ja trotzdem erstmal immer diese Dinger hier absammeln gehen. Wobei eigentlich ein Tag in der Wüste ganz gut wäre, wenn wir noch mehr solche Dinger absammeln könnten. Hier war doch noch einer, oder? Der ist vielleicht noch nicht wieder da. Ja, eigentlich wäre es schon gut, wenn wir nochmal in die Wüste gehen würden. Medi geht zu arbeiten. Medi, du bist krank. Naja, egal, jetzt ist sie schon weg. Ja, die kleine Mausi will ich noch älter werden lassen heute. Vielleicht gehen wir erstmal in die Wüste und dann lassen wir die kleine Mausi älter werden. Und dann schauen wir mal, wie sie aussieht, wenn sie älter ist. Minza geht erstmal da rüber. So, ja, wir sind kurz davor zu randalieren, ich weiß. So, vielleicht kriegen wir hier was Schönes. So. Dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen noch in die Wüste. So, ich habe mal eine andere Nachbarschaft gewählt. So, die Kinder sind zur Tagespflege gegangen, diesmal wirklich. Und ja, ich hoffe einfach mal, hier gibt es auch solche Dinge rein. Aber wenn nicht, müssen wir wieder in die für vorher. Ich dachte, dann können wir hier mal etwas anderes zu Gesicht bekommen als sonst. Also, ich glaube, hier sieht es eher schlecht aus. Hier ist auch alles grün, ja. Wirkt es da ran. Blöd, dass wir nicht in einen alten Arbeitsplatz gehen konnten. Hätten wir vielleicht erst die Elementsammlung machen sollen, bevor wir hier mit Alien Sachen gemacht haben, die wir nicht hätten machen dürfen. Und dann wollten wir ja gefeuert. Angeln kann man hier aber sehr viel. Nee, hier scheint nichts zu sein. Ja gut, dann gehen wir halt doch in die andere Nachbarschaft. Ich dachte nur, wir sehen hier mal was anderes. So, das müsste hier sein. Wo wir letztes Mal waren. Ja, sieht gut aus. Ich weiß nur nicht mehr, wo die ganzen Dinge ausstanden. Winzer. Wir müssen suchen. Sind die überhaupt schon wieder da? Eigentlich sind ja ein paar Tage vergangen. Aber wenn man sich halt nicht aktiv hier befindet, kann es sein, dass es eine Weile dauert, bis es wieder da ist. Genauso wie mit den Pflanzen übrigens. Wenn hier solche kleinen Pflänzeren sind, dann wachsen die ja nur, wenn du aktiv hier bist. Dann musst du immer eine Weile hier sein. Hier, die kriegst du ein Sehner zum Beispiel. Musst du immer eine Weile hier sein, damit die Sachen wachsen. Ah, scheint echt so zu sein. Es sind keine Dinger mehr. Hm, wie doof. Haben wir vielleicht welche übersehen? Sieht ja nicht so aus. Sieht nicht gut aus, Winzer. Du hast dein Herz frisch gefunden. Schön für dich. Nee, das ist alles weg. Hm, aber wir haben den Hüngerchen. Komm, wir können hier mal was zu essen holen. Gibt es hier ein besonderes Essen, was es sonst nicht gibt? Keine Pizza. Hier habt ihr eure blöde Pizza. Karottenkirbissuppe. Kürbissuppe, Humorolle. Mh, nimm mal eine Humorolle. Wobei, das geht nicht. Du bist Vegetarierin. Nee. Ich dachte nur, vielleicht können wir das dann selber auch machen. Manche Rezepte kannst du dann ja erst machen, wenn du sie mal gegessen hast. Dann nehmen wir halt diese Kürbissuppe, die ist lecker. Bitte einmal eine schöne Kürbissuppe. Dankeschön. Ja, ignorieren Sie bitte das Knurren. Wir sind ganz normal. Ja, wir schlingen hier die Suppe runter. Oh je, du schaufelst das ja richtig rein. Nee, scheint aber nicht so ein besonderes Rezept zu sein. Ich glaube, nur die aus Großstadtleben sind so. Aber ich glaube, Mante Comoribi war auch so. Hier ist ein Steincreme. Komm. Will ich gerade nicht nach Schatz, das ist blöd. Ja, ich schicke die jetzt noch nicht ein. Dann tue ich am besten mal schauen beim anderen Computer, ob das auch so ist. Und wenn nicht, dann werde ich mal herumexperimentieren, worum das denn widerliegt. Immer diese kleinen Bugs, das ist ein bisschen nervig. Aber solange es nur so Kleinigkeiten sind, kann man ja damit leben. Alternativ, wenn das jetzt gar nicht gehen sollte, schreibe ich mir halt auf, was wir schon haben. Und dann sammeln wir halt die Sachen hier ein. Und schauen dann, was wir noch nicht haben. Und was wir da nicht haben, können wir dann ja den kleinen Würfel da einfach ercheaten. Also, dass wir das Georat halt umgehen. Wenn das jetzt verbuggt sein sollte, tatsächlich. Ich muss auch mal schauen. Ich habe gar nicht geschaut beim EA-Forum. Die aktuelle Backliste. Ja, sollte man eigentlich im Auge haben. Minza bei Geburtstag. Nein. Minza. Du darfst nicht Senior sein. Na, entweder wir zögern uns jetzt noch ein paar Tage raus, weil die Kinder halt noch so jung sind. Sie muss ja noch mit dem Enkel-Kindzeit verbringen können. Oder sie ist halt ewig lang Seniorin. Aber ich würde eher sagen, wir zögern uns jetzt noch ein bisschen raus. Das können wir gleich mal hier ercheaten. Alter festlegen. Alter in Tagspanne. Oh ja, sie ist am 30. Tag von 30. Wie viel machen wir sie denn darunter? 25 vielleicht, oder? So. Fünf Tage mehr Lebenszeit, Minza, wenn du nicht vorher drauf gehst. Aber sofern du an Alterschwäche irgendwann stirbst, hast du ein paar Tage mehr bekommen. Ja. Die sind keine Steine von mir. Gab es hier unten nicht auch diese Höhle? War das diese Nachtgeschäft? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, das war nicht die. Da gab es diese Grotte, oder was das war. Nee, das ist nicht die. Das ist diese schicke, micke Nachtgeschäft, glaube ich. In der Welt. Was treibst denn du hier? Du bist ja... Okay. Mach dir Fitness, wie es scheint. Ja, dann geh doch angeln. Wenn du hier schon warten musst, kannst du hier ein bisschen Geld verdienen. So, dann sprühen wir mal ordentlich vor. Minza, was machst du denn? Du pickel da hin. Okay. Wir mussten ja wohl mal. Wir haben ein paar Fische bekommen, habe ich verkauft. Medi wurde befördert zur Titelblattautor. Super, Medi. Liebe. Wir haben Geld gekriegt. So, Medi hütet zu Hause jetzt die Kinder. Ich hatte gerade auch die Idee, dass wir vielleicht einfach ein bisschen heute auch schummeln und ins Reich der Magie gehen. Und zu Hanford und Beckley. Jetzt ist es aber schon Abend, also werden wir wohl... Hanford und Beckley hat bis 19 Uhr, glaube ich, offen, oder? Ich probiere es mal noch, dass wir die Shops da anschauen, nämlich. Und ansonsten geht es ins Reich der Magie. So. Oh, der Erik. Aber wir quatschen nicht nachher an, weil ich glaube, der Shop hier macht bald zu. Schließt um 19 Uhr. Na gut. Aber wir können nachher den Erik bezirzen. Bezirzen. So, erstmal handeln. Wir haben nicht so viel Geld. Erik, du darfst nicht weggehen. Überliebesleben beschweren. Er ist ja der Kumpel von ihr. Und von Medi eigentlich auch. Kriegen wir einen Rabatt? Herr Verkäufermann. Ja, 25% reduzierte Ware kaufen. Ja, quatsch mal den Erik an, dass der nicht abhaut. Erik. Er sieht aus wie so ein Knudelbär. Hallo, andere unbekannte Frau. Und er redet hier komisch irgendwie. Ja, okay. Ja, ich beschwer mich jetzt ein bisschen dran hier. Aber mein Liebesleben... Oh je, du bist ganz schockiert, du Armer. Ah, jetzt verehrt sie ihn. Okay. Komm, wir können nachher nochmal mit dem plaudern. Der kommt wohl auch gerade von der Arbeit. Weil hier ist gleich die Zeit um. Schnell. Schnell. Minza, jetzt musst du nicht so komisch laufen, weil du wütend bist. Was? So, hier gibt es auch leckere Milch und sowas zu kaufen. Fleisch und so. Grünes Ei. Ob das wohl gammelig ist? Nee, keine so tollen Sachen. Na gut. Schnell. Da machen wir jetzt keinen Handeln. Hier tun wir einfach direkt Ware kaufen. Schnell, Minza. Ja, wir schaffen es noch. Hallo, Frau Knortschgesicht. Kennt ihr die noch? Apfel-Marmelade. Woll, Woll, Blumen. Übrigens, falls ihr die Rags to Riches Challenge spielt. Also Rags to Riches. Ich kann nicht so gut aussprechen. Ähm, also englische Wörter halt. Ihr könnt ein bisschen, ja, es ist fast schon Cheaten eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man bei der Challenge mit Gartenbau Geld verdienen durfte. Oder allgemein, wenn ihr nicht Cheaten wollt, aber trotzdem eine Möglichkeit sucht, dass euer Zimmer gut an Geld kommt. Ihr könnt einen Garten anlegen. Und bei diesem Laden hier, bei den beiden, gibt es manchmal eine Orchidee, die ihr kaufen könnt. Und Orchideen sind viel wert. Die kosten die ja zwar 1.125, wenn ihr sie kaufen müsst. Aber es lohnt sich, wenn ihr, weil ihr habt dann eine Blume, die pflanzt ihr und dann kriegt ihr davon wieder Blümchen. Die könnt ihr auch wieder alle pflanzen. Dann habt ihr am Ende 500 Orchideen und die, ja, die werfen dann ganz schön Geld ab. Also das lohnt sich. Ich mache das nämlich auch oft, wenn ich Garten habe bei den Sims. Oder Rosen. Rosen ist natürlich die günstigere Variante davon. So könnt ihr gut Geld verdienen. Ich meine, es braucht nicht so viel Arbeit. Naja, die haben auch keine Steine. Na gut, ab und rechte Magie. Mal schauen, ob die Wirbel für uns komisch ansehen, wenn wir da einfach hingehen. Äh, die Wirbel für die Magion. Weil wir Werwolf sind. So rum. So, wir sind ja nach Glimmerburg gereist. Und es schneit. Ui. Cool. Wir lieben Schnee. Nur nicht in echt. Schnee ist zwar hübsch, aber es ist anstrengend. So, kommen wir hier hin? Ich habe auch gern Schnee, aber auch nur, wenn ich nicht raus muss. Ja, es ist für mich halt zu anstrengend, mich davor zu bewegen. Wenn die, wenn die Wege gepfattet sind, dann geht's. Also, wenn die halt freigemacht wurden. Nein, Krisenbewältigung. Die Midlife-Crisis ist vorüber. Und sie durchlebt eine Rückbildungsphase, in der sie darüber nachdenkt, wer sie ist und wo sie im Leben steht. Schön für dich, Minza. Dass du sie überwältigt hast. Äh, bewältigt hast. Hallo, du gehst wohl hier Glashifa mit deinem Anzug hier. Ja, wollen wir dann auch mal machen. Ist ja bald soweit. Na gut, die Mancomo Rebe gibt's. Gibt's immer Schnee. Jedenfalls im Berg oben. Immer wenn ich diese Schmetterling sehe, würde ich da hingehen und mit der Haufe spielen, weil wir spielen gerade privat. Immer Samstagabend, mein Mann und ich, das ist unser Ritual. Dann spielen wir Spiele und wir spielen momentan ein Zelda-Spiel. Ich weiß nicht, welches das war. Nee, das haben wir fertig gemacht. Ja, irgendwie. Und dann immer, wenn die Schmetterling sind, musst du hingehen und mit der Haufe spielen. Und dann kriegst du da halt Gegenstände. So, jetzt fragt es uns, ob wir ins Reich der Magie wollen. Ja, wir wollen. Ist ja ganz normal, dass man als Werwolf ins Reich der Magie geht, obwohl man keine magere Freunde hat oder Familienmitglieder. Und ich rede hier am Ladebild schon wieder. So. Und jetzt. Das ist übrigens hier das Reich der Magie. Ihr könnt ja auch Magier werden, wenn ihr werden wollt, wenn ihr das Pack habt, jedenfalls. Ja, wir gehen jetzt zur Zauberallee. Ja, Harry Potter, lass grüßen. Ab geht's, Minza. Ist ein bisschen cheaten, was wir jetzt machen, aber... Aber wenn das Spiel mir ja nicht will, wie wir wollen. Obwohl wir ehrlich gesammelt haben letztes Mal, dann habe ich keine andere Wagen als hier. Aha, um in den Laden zu gehen. Haben die eigentlich immer offen? Das sind keine Geister übrigens. Das sind Astralprojektionen. Die Sims, die leben tatsächlich irgendwo. Sie sind nur nicht hier vor Ort. Kriegen wir keinen Rabatt? Die schüttelte Kopf doch jetzt. Yay. Waren kaufen. Hör auf dich zu kratzen, Minza. Hast du Flühe? Wir wollen bitte Kristalle und so kaufen. Kaufen einfach alle, weil ich, wenn ich merken kann, welche wir schon haben. Ach, Kettenbesen. Cool. Aber wir haben keine Mario. Nicht in dem Spielstand. Jo. Jake ist unser Magier und Lucien. Ja, in der Dickhead-Challenge wimmelt sie nur von Magiern. Das ist ja auch die Story dort, weil die ja fast ausgestorben sind. Vielen Dank für den Einkauf. Gibt's ja auch was Schönes. Hier gibt's glaub nur Zauberstäbe und Folianten. Das brauchen wir eigentlich nicht, aber ich will mal reinschauen. Langweilig, langweilig, langweilig. Okay. Nein. Dann hier. Ja, das Zaubertrankzutaten kann aber auch sein, dass es da Kristalle und sowas gibt, oder? Für die Eichermisten. Warum ist eine Zaubertrankzutat der Morkopus? Das ist eine Figur zum Aufstellen. Hier haben wir eine. Haben wir jetzt aber nicht gehandelt mit der Frau. Eine Schnitterblume. Ja, die kaufen wir. Wisst ihr, was eine Schnitterblume kann? Wenn ihr die im Inventar habt und euer Sim drauf geht, dann kann euer Sim den Tod noch mal von der Schippe springen. Darum ist sie auch so teuer. Wenn ihr mal hier eine mit... Die geben wir am Charat oder so. Weil wir brauchen den dringend. Zombie Karl. Wieso sind diese Figuren? Macht man daraus Zaubertränke? Aber wir haben hier den Opulium-Team hier wenigstens gekriegt. So. Ja, ich überprüfe dann nachher, was uns noch fehlt und cheate das dann einfach. Also die Umwandlung einfach muss ich ja cheaten. Es geht erstmal nicht anders. Genau. Dann werden die Gegenstände gelöscht, nicht verkauft. Weil das wäre ja auch so, wenn es funktionieren würde. Ja. Sofern ich das halt nicht in Gang kriege. Okay, danke Frau Zauberin hier. Wir gehen wieder heim. Wir müssen hier unser Baby älter werden lassen. Zurück nach Hause. Ja, wir sind sowieso kurz davor zu randalieren. Aber Werwölfe sind ja mit Magiern nicht verfeindet. Im Gegenteil. Die Werwölfe sind ja laut... Also das habe nicht ich erfunden. Das haben die Entwickler, die die Story geschrieben haben, so festgelegt. Werwölfe bei Sims stammen ja von Magiern ab. Also nicht abstammen, sondern sie wurden erfunden von den Magiern. Wir haben da irgendwie Experimente und sowas gemacht. Und dann sind die rausgekommen, weil die haben einen Weg gesucht, um sich gegen die Vampire zu wehren. Ganz interessant finde ich die Geschichte. Ja, und dann haben sie die Werwölfe erschaffen, damit halt die Vampire nicht mehr die Magier jagen. Und die... Ich rede schon wieder Ladebildschirm. Aber die Vampire, die jagen ja nur die Magier, weil sie dann zaubern können, wenn sie das Blut von den Magiern Intus haben. Deswegen. Das ist die Story, die da EA erfunden hat. Ich finde sie ganz interessant. Das ist ja auch die, die ich dann in der D-Catch-Challenge ganz stark aufgegriffen habe, weil wir eine Ausrede brauchten, warum Jake da hingeht. So. Ja. Und hier sind alle rot. Was ist denn hier los? Du bist hungrig. Ja, willst du das denn hier essen? Mama hat hier Essensreste am PC gelassen. Oh, das ist gammelig. Nein, ist das nicht. Nein, nein, nein. Ja, Papa ist zwar krank und so, aber der kann dir jetzt mal Essen geben. Ja, wir quälen den irgendwie immer. Das ist unser Ding. Medi-Quellen. Mond eine gute Nacht wünscht. Das müssen wir nachmachen. Das ist niedlich. Was ist das? Wieso ist das jetzt niedlich, wenn ich nicht weiß, was es ist? Warum kannst du dem kein Essen geben, Medi? Ja, wir tun mal den Müll weg. Immer diesen Müll bei uns. So, Kindern hier reinsetzen. Essen geben. Ähm, gib ihm mal Joghurt. So, Münzelein. Ja, du bist kurz davor zu randelieren. Wir wissen es. Aber das ist uns jetzt egal, weil du lässt jetzt dieses Baby älter werden. Wir erwarten doch vorhin älter werden. Ja, das war. Aber Babypflege älter werden. Genau. Ja, wir schauen mal, wie es hier ausschaut. Ich muss hier dann noch ein Zimmer einbauen. Das mache ich hier. Ich dachte mir, hier hinten. Hier ist ja der Flur. Hier, wo meine Maus ist. Und dann hier so hinten raus, könnte man ein Zimmer machen. Und darunter dachte ich mir, machen wir auch noch einen Raum, sonst sieht es blöd aus, wenn nur oben einer ist. Ja, ich muss mal schauen. Und dann unten kann man ja vielleicht ein Büro einrichten, dass nicht der Schreibtisch im Schlafzimmer stehen muss. Dachte ich mir. Ja, und dann gibt es keine Babys mehr hier. Ja. Sonst haben wir zu viele Sims am Ende. Wie bei der Dickens Challenge. Jetzt kommt die Kleine hier raus. Und sie hat braune Haare. Kira ist älter geworden. Würfeln. Ein zappeliges Kind hatte ich auch noch nicht. Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufig Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Ui, kommt hier raus mit den Völkern. Einfach auf dem Boden. Oh, und sie kann schon lächeln. Du bist aber hier ein Überflieger. Auf Gesundheit. Und ja, wir tun dich jetzt gleich hier umstylen. Aber ich finde die Versur niedlich, die sie hat. Ja, dann dürft ihr jetzt noch kurz ein Umstylen-Video von unserer kleinen Maus schauen. Es dauert nicht lange bei Kleinkindern. Und Säuglingen gibt es ja nicht so viel zu machen. Bis gleich. Bis gleich. So, die kleine Mausi ist umgestylt. Und jetzt platzieren wir noch kurz ein Bett dran für dich. Erstmal hier bei den Eltern. Das geht nicht anders. Kann ich die hier wegtun? Du liegst hier, das ist doof. Objekt nicht gefunden. Naja, sie wird dann schon weggedrückt. Passiert hier nichts. Ähm. Kinder brauche ich Bett dran für kleine Babys. Ja, das Bett dran ist erst mal blau, so lange ist noch hier drin, steht in diesem Zimmer. Ist doch doof mit diesen ganzen Fenstern wieder. Aber es steht hier ja noch kurze Zeit, von daher. Ja, 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 aufs Baby gestellt, so. Färten wir dann um, wenn sie ihr eigenes Zimmer kriegt, dann kriegst du auch wieder rote Sachen. So, dass die kleine erstmal versorgt ist. Ja. Die muss ja nicht auf dem Boden schlafen. Achso, aber wir brauchen dieses Dings wieder, das haben wir jetzt verkauft. Hä, wieso habe ich das verkauft? Damit wir sie tagsüber unter dieses Spielzeug da legen können. Wo ist denn das, dieses Bett drin? Bett drin für Kinder. Oh, das Puppenhaus ist schön. Das stellen wir dann ins neue Kinderzimmer. Naja, wir kaufen mal so ein Tablet. Ja, das wird ein Tablet, Kinder. Aber so kann man die halt schön leveln in Sims. Aber hier ist es auch nicht. Doch, unter Spielsachen ist es drin. Ja, das Ding. Wusstet ihr, dass sich darin Katzen und Hunde auch hinlegen können? Ich speichere hier mal. Der Baumodus ist noch ein ganz besseren, ja, er sleckt ein bisschen. Aber er geht so weit wie da in dem Computer. Irgendwas hat geholfen, was ich da gemacht habe. Aber nicht so ganz, es ist immer noch komisch. Das hier. Hier, schaut mal. Bitten hinzulegen. Tschups. Macht das mal. Ich habe das zufällig gesehen. Ich habe gestern nämlich Sims gespielt. Bei meinem Privatspielstand. Da habe ich auch ein Säugling gerade. Und da habe ich gesehen, dass das für Tiere steht. Tschups. Kommst du? Leg dich mal da hin. Aber nochmal geht es nicht. Ja, weil die Tschups jetzt reingeht, nehme ich mal an. Du musst gar nicht so schauen. Du darfst da reingehen. Wir wollen das sehen. Ah. Oh, wie niedlich. Kleine Tschupsi schläft da drin. Gleich ein Foto machen. Ich wusste das nicht, dass das geht. Oh, unter der Kamin. Das sieht schön aus. Wie niedlich. Ja, das Säugling ist zappelig, wissen wir. Minze hat sich angesteckt. Lässt du das Baby jetzt einfach auf den Boden? Midi, komm, leg mal die Kleine hier. Ja, ins Bett trainier geht es immer gut. So, kleine Kira, wir legen dich hier rein. Wie. So, gute Nacht. Papa geht noch duschen. Ja, und dann auch ins Bett, damit ihr eure Krankheit hier auskurieren könnt. Der Cheryl ist noch wach. Du bist ja... Oh. Die haben dich vergessen. Die haben das Kind vergessen. Nee, lass dich hier raus. So, der Armel. Ja, kein Wunder, dass der Cheryl hier auch seine eigenen Kinder vernachlässigen wird. Der wurde selber auch nicht gerade gut umsorgt, wie es aussieht. Komm her, kleiner Mann. Ja, ich lasse noch ein bisschen Fähigkeiten leveln. Wann hast du Geburtstag? Einen Tag hat er noch. Oh, das heißt beim nächsten Mal wird er wohl schon ein Kind. Aber das ist gut. Ich will sowieso vorwärts kommen. Damit er dann bald Teenager wird. Sobald er Teenager wird. Die Kira lassen wir dann auch ein bisschen schneller altern. Dann kann es losgehen hier mit dem Szenario. Ja. Ja, du denkst an Pizza und so. Der Papa hat die Flauschen in den Kopf gesetzt mit Pizza. Nee, du kriegst keine Pizza. Okay. Aber das war es dann auch wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, beim nächsten Mal feiern wir offenbar den Geburtstag von dem kleinen Mann hier. Ich bin schon gespannt, wie er dann ausschauen wird. Das ist immer so interessant, finde ich, die Genetik. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.